Oh, oh, oh. Freunde, herzlich willkommen. Eine neue Folge First Dates. Ein Tisch für zwei. Liebe Freunde, ich freue mich wie immer. Ich mache mir noch kurz heißes Wasser für den Tee. Wasser ist am Kochen. Vergesst nicht, es euch auch gemütlich zu machen, euch zurückzulehnen. Was leckeres zu snacken, was leckeres zu trinken zu holen. Und ich muss diesen Stuhl einfach irgendwann mal ölen. Es fuckt mich inzwischen echt ab. Während der Tee noch kocht, liebe Freunde, möchte ich euch kurz darauf aufmerksam machen, dass ich auch einen eigenen Podcast habe. Zusammen mit Laura Abler. Vielleicht kennt der eine oder andere sie von TikTok. Wir sind Zeddo. Hi. Und meine Wenigkeit, ich bin Laura. Und wir machen die 36 Fragen. Eigentlich zum Verlieben. Seid ihr gesagt, nee, ich gehe nicht mit dir nach Hause? Mädels haben oft in ihrer Bio-Amazon-Link. Ey, ganz ehrlich. Habe ich aber auch mal bestellt für ein paar. Nein. Denkst du, wir bumsen? Oder warum hast du die Tür so langsam? Das meine ich nämlich, ich kann dieses Phänomen, warum Frauen knackig suchen, verstehen. Also da dachtest du so, jetzt ist der im Knast. Oh. Au. Oh nee, das ist ja das größte Eke, was ich in meinem Leben hatte. Darüber mache ich TikTok. Schwitzige Hände, meine Eke. Wenn ihr Bock habt, hört gerne mal rein. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Kommt ihr direkt zu Spotify. Ihr könnt jetzt kurz das Video unterbrechen, auf Spotify gehen und dem Podcast folgen, damit ihr es später nicht vergesst. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, schnackeln fackeln wir nicht lange mit den heißen Brei. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Trinkt ihr auch so Krankheitshusten und Bronchialtee, obwohl ihr gar nicht krank seid? Oder bin ich komisch? Ich bin Präsian, ich bin Partymaus und ich habe Humor. Also ich bin wirklich verrückt. Okay, er ist aber auch, also ich würde es mal schätzen, nur so auf den ersten Blick, nur so was meine Intuition sagt, dass er nicht auf Mädels steht. Warum ich daten sollte, ich liebe Kinder, ich bin sehr aufmerksam in der Beziehung und ich suche eine langfristige Beziehung mit einer Zukunft. Gut. Schon mal ein gutes Zeichen. Präsian ist ein, bist du? Ein junger Mann. Hallo Präsian. Ich wusste jetzt nicht, ob Präsian ein Mann ist, sondern eine Frau. Ist ein bulgarischer Name. Ah, okay. Weil ich habe Lars und Präsian stehen, also haben wir ein Männerdate. Richtig. Wieder richtig geraten, ne? Kannst ruhig Applaus so einwenden, sonst ist es ganz komisch, wenn ich alleine so... Du, Bulgarien? Ich bin gebürtiger Bulgarien, richtig. Und 2015 bin ich nach Deutschland gekommen mit meiner Familie. Und dann hast du erst begonnen, Deutsch zu lernen, vor acht Jahren. Ja. Das nervt echt. Roland, der spricht tausendmal besseres Deutsch als du. Hier gab's das, das höre ich nicht, du Arsch. Wie kann das denn sein? Doch. War nicht nur Roland überrascht, sondern alle. Ich war auch gerade kurz überrascht. Das ist echt hart. Das ist sehr, sehr stark. Also das ist ein sehr, sehr smarter Junge. Mit dem braucht ihr euch nicht betteln im Eins gegen Eins, was Sprachen angeht. Könnt ihr knicken. Ja. Also wenn ich irgendwo bin und das erwähne, dann gucken die mich alle so. Ey, ich komme da immer noch nicht drauf klar, über diese Sprachkünste. Also sowas habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Also in dieser Sprachqualität nach acht Jahren. Jetzt kommt sein Date. Ähm, ich bin Lars. Ich bin guter Fang, weil ich finde, ich sehe gut aus. Und meine Art ist top. Influencer aus Ludwigshafen. Er ist hauptberuflich Influencer? Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber gut, man kennt nicht immer jeden, ne? Denke ich. Ja. Ja, mit mir kann man einfach viel Spaß haben. Und ich suche eigentlich jetzt nicht jemanden, der mit mir jetzt in den Club geht oder fein geht. Ich meine, dazu sind meine Freunde da. Wenn ich einen Partner finde, dann kann er auch gerne mitkommen. Das ist gar kein Problem. Wie kann man so lange darüber reden, was der Partner soll und was nicht? In den Club soll er mit und dort soll er nett mit und wie und wat und wo. Ich blicke hier jetzt gerade langsam nicht mehr durch, Lars. Hör mal. Ich suche aber speziell jemanden, der für mich da ist. Hallo, Lars. Und nicht für den Club. Jemand soll für ihn da sein und nicht für den Club und fürs Feiern gehen. Dafür sind auch seine Freunde da. Also nur damit wir es einmal verstanden haben. Lars, geht's gut? Oh. Sein Blick war auch so ein... Der so ein... ...bereit. Ja. Glücklich? Es geht so. Bist du bereit zum Daten mit dieser Einstellung? Ja. Ja? Dann versuch's mal. Danke. Hä? Hallo. Hallo. Für random. Lars. Präsian. Wie geht's? Gut. Und selbst? Auch. Mensch. Was ne Konvo. Gut hingekommen? Mit dem Zug. Und du? Ich auch. Soll der Stuhl zwischen euch bleiben? Ich mag das mehr irgendwie. Okay. Ich frag nur. Alles gut. Was darf es für dich zu trinken sein? Habt ihr den Blick gerade gesehen? Den Blick von dem Linken? Dennis, blendet den euch nochmal ein. Guckt euch das nochmal an. Zu trinken sein. Hoch. Also die Begrüßung fand ich sehr kalt. Also die Hand, der Stuhl, der so dazwischen war. Da dachte ich mir, okay, es läuft jetzt schon ein bisschen zu schief. Ja, das ist, ich brauch ein bisschen. Ich brauch Zeit, bis ich offener und klarer sprechen kann. Verständlich. Ich kenn auch ein paar Leute, die so eher auf Abstand sind. Meine Podcast-Partnerin, zum Beispiel Laura, die muss jetzt auch nicht direkt zur Begrüßung jeden umarmen. Die hat da auch nicht so Bock drauf, ne? Mit der Person haben sie Wodka. Einfach so, Wodka, pur, auf Eis. Auf Eis. Hat er sich gerade Wodka auf Eis bestellt? In welchem Film ist er? Stellt euch vor, ihr geht auf ein Date und euer Gegenüber trinkt Wodka auf Eis. Ich hätte instant das Gefühl, die Person muss mich schön trinken. Wodka auf Eis, das knallt direkt. Das sind so mäßig, also Wodka-Shots, aber halt so drei Stück, würde ich jetzt mal schätzen, oder? Oder zwei Stück, vielleicht zwei Wodka-Shots. Und dann einfach mit einem Eiswürfel drin. Digga. Oh, wo ist das? Tiefsten Ruhrgebiets. Ach so? Ich bin so aufgeregt. Alles gut, ich auch. Ich glaube aus Mannheim. Also Ludwigshafen, das ist direkt neben Mannheim. Neighbor. Neben Mannheim. Neben Mannheim ist kein Problem. Also sehe ich das so, solange man sich liebt. Liebe hat keine Grenzen. Und was arbeitest du? Ich arbeite im Büro. Als was? Sachbearbeiter für Rechte und Qualitätsmanagement. Und du? Ich bin Influencer auf TikTok und Instagram. Oh, TikTok mache ich auch. Ja? Ich bin so ganz... Sehr gut. Aber ist schon noch Wege. Früher habe ich kurz gemodelt für eine Firma. Ansonsten... Wortkauf was. Bitte, vielen Dank. Also er ist Influencer auf TikTok und Insta. Und er hat mal gemodelt für eine Firma. Also er hatte einen Modeljob. Gut. Ich weiß nicht, ob ich mich nach einem Modeljob als Model bezeichnen würde. Hat er aber auch, glaube ich, nicht gesagt, oder? Prost. Prost. Wo ich noch dünner war, habe ich gemodelt. Einmal. Der Zwischeneindruck ist sehr gut. Ich habe erst mal auf sein Äußeres geguckt. Und wir haben jetzt zwar nicht so viel geredet, aber das, was wir geredet haben, war schon sehr gut. Und er hat mich angesprochen. Super. Ich bin so schlecht daran, neue Leute kennst du. Also so meine ich jetzt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Was machst du so in deiner Freizeit? Fangen wir mal so an. Äh, außer TikTok. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel Thema hier. TikTok und Migtalk und so. Also, Jungs. Hallo. Aufwachen. Jetzt geht's los. Jetzt. Los. Ich reise sehr viel. Auch mit Freunden. Geil. Ich reise sehr viel. Bin spontan, wenn meine Freunde sagen, komm, wir fahren diese Woche irgendwo weg. Dann tun wir es auch wirklich. Oh mein Gott. Ja. Danke. Danke. Es sind so viele Leute, die das auch nicht machen. Die können das nicht. Die können das nicht vorausplanen. Wollt ihr mit mir zu dich kommen? Ähm. Ja. Ich würde die trinken. Also jetzt gerade waren die schon richtig im Flow. Dann kommt hier der Moderator wieder und scheißt rein. Ich check das nicht. Die waren gerade voll im Flow. Es wurde gerade spannend. Ich reise sehr gerne. Und ich versuche es so oft wie möglich. Er auch. Und nur Positives. Mhm. Was haben wir heute? Gebackenen Federkäse, Spinat, gegrillter grüner Spargel. Ist auch das gleiche wie neulich schon mal in der Folge. Na gut. Aber hä? Huch. Die Kellnerin ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Huch. Okay. Nein, klappt. Was machst du denn so für TikToks? Mh. Verschiedliche Lip Sync. Verschiedliche? Hm. Comedy. Ich check jetzt gerade erst. Was Verschiedliche? Für ein krankes Wort. Boah. Ich komme selber gerade durcheinander. Verschiedene und. Fuck. Ich komme gerade selber durcheinander. Verschiedliche. Und unterschiedliche. Verschiedene und unterschiedliche gemischt. Ich habe gerade 30 Sekunden dafür gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Bis ich da drauf gekommen bin. Verschiedliche. Das ist einfach das tollste Wort, was ich ab jetzt in meinem Leben habe. Ich muss mir das aufschreiben. Ich glaube, ich mache gleich eine Insta-Story, wo ich das so ganz normal unterbringe, als wäre das so ein ganz normales Wort und gucke mir mal die Reactions dazu an, was da so geschrieben wird. Über den Alter, also alles, was so momentan auf TikTok geht, den ganzen Trends, dann machst du die auch? Meistens. Mach ich auch. Ja. Da bin ich ihm auf jeden Fall dankbar dafür, dass er mir die ganze Zeit Fragen gestellt hat und alles und sehr aufmerksam war auch. Doch, das schätze ich wirklich sehr. Und auch wenn ich es nicht zeigen kann, vorerst. Dir fällt das ganz schön einfach, kann das sein? Was denn? Ja, sowas, also so ein bisschen einfach. Zu reden? Oder allgemein jetzt? Ja, so zu reden halt. Ich weiß nicht, irgendwie, das ist für mich neu. Ich hatte seit drei Jahren jetzt meine letzte Beziehung. Ich weiß einfach nicht mal, wie man sowas macht. Aber hatte er jetzt zwischendrin keine verschiedlichen Partner oder wie soll ich das verstehen? Es ist normal. Um zu reden. Ja. Ich war auch zwei Männer in der Beziehung. Das war mal gescheitert. Wurde du betrogen? Ich auch. Leider. Ich teile deinen Schmerz. Nee, also. Ich bin auch am Anfang ein bisschen kalt. Das ist so mein Abwehrmechanismus. Ich bin offen für etwas Neues. Allerdings gehe ich das Ganze langsam an, da mein Vertrauen noch relativ im Keller ist. Oh, Maus. Kopf hoch. Neue Leute kann man neue Chancen geben, bin ich immer der Meinung. Natürlich darf man nicht zu naiv an die Sachen rangehen. Wenn du dreimal hintereinander vom gleichen Typ Mensch verarscht wurdest, dann solltest du dich wachrütteln, logischerweise. Ich kann mir denken, dass du wirklich gut mit Kindern kannst. Ich passe sehr auf und meine Geschwister auf. Also schon ein Zeichen, dass ich mit Kindern umgehen kann. Weil du konntest dich so richtig lieb und nett rüber, weißt du. Zeigst dich so lieb. Der ist irgendwie süß, wie der immer grinst so. Danke. Lächelt er so. Er ist irgendwie knuffig. Einfach lebt. Dass du meine andere Seite nicht gegenlehr, weißt du. Familie ist für mich auch sehr wichtig. Bei ihm genauso. Da war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, ja, super. Er mag auch Kinder. Das ist auch so ein Thema, wo ich denke, okay, krass. Also du magst Kinder, ich auch. Wartet, ihr habt's Essen? Oh, ich glaube, ich muss sie hier mal in die Redaktion schreiben. Wegen First Dates. Oh, da sieht sie nur so cute aus. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen, liebe Freunde. Ja. Ich glaube, das Warten hat gleich ein Ende. Alles klar, danke. Wann hat mein Warten ein Ende, ist die Frage. Ja, ich bin gespannt. Normalerweise laufe ich auch nicht so rum. Also mit dem Hemd, das ist jetzt so einfach. Ich habe gedacht, es passt dazu. Was trägst du denn so für Klamotten? Pullover. Ich trage auch gerne Hemden. Nicht so welcher. Fand ich ein bisschen zu bunt. Sonst war es okay. So, jetzt kommen wir bei Frage Haustiere. Was machst du denn für Haustiere? Hunde, Pferde. Das war es. Keine Katzen? Bist du nicht so der Katzenmensch? Ich hasse Katzen. Ich war erstmal geschockt. Der mag keine Katzen. Warum? Die sehen süß aus. Aber die sind so richtig gefährlich. Die sehen süß aus. Aber die sind so richtig gefährlich. Also, da kommen wir mal. Sorry. Ihr kennt ihr. Ist ja klar, diese Katzen, die sind frech. Die machen ab und zu diesen. Also je nachdem, welche Katze. Es gibt auch Katzen, so Katzen von alten Omas. Die können nichts tun. Du kannst die 10 Meter schmeißen. Die würden dich nicht kratzen oder so. Das wäre denen egal. Aber ich weiß schon, was er checkt wird. Du hast Angst vor Katzen? Warum hat man Angst vor Katzen? Hier hat doch schon mal früher, als ich noch klein war, alles mögliche gehabt. Aber Geilen, Fische, Hunde, Katzen. Ich habe kaum Katzen in echt gesehen. Echt? Du musst in einen Katzencafé gehen. So was gibt es in echt? Mhm. Stell dir vor, du bist ganz normal am Essen und dann laufen Katzen rum. Es ist nicht eklisch, ein bisschen. Nein. Ja. Es ist nicht eklisch. Also so eine Katze, während du isst. Wie findet ihr hier eigentlich die ganze Zeit mein Low-Key-Placement für unseren Podcast? Oh Mann, ich will euch nicht nerven mit meinem Podcast, aber ich liebe den halt. Das ist schon ein Streitthema, muss ich sagen. Direkt Streitthema? Oha, chill, Bruder. Ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, wer hier das Ding zahlt, Alter. Sehr, sehr gespannt. Ich würde darüber nachdenken, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass ich von Anfang an mehr offener gewesen wäre, war ja auch zu mir. Ja. So. Ähm. Ich würde sagen, beim ersten Treffen, man teilt sich das. So sehe ich das. Okay, ja. Okay, heißt man ist nicht zwingend damit einverstanden. Ich fand mein Date sehr gut. Essen war auch sehr lecker und äußerlich passt es auch. Also er hätte ein bisschen mehr Fragen stellen können oder irgendwie mehr Interesse gezeigt. Dass er so ein bisschen Interesse hat, sich mit mir zu unterhalten. Wollen die sich nochmal sehen, ist die Frage. Ich fand's gut. Gute Zeit. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Da seid ihr ja schon wieder. Euer Fazit? Ich fand es sehr gut. Wir hatten viel Gesprächsstoff. Hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können von meiner Seite. Ja, bin auch der Meinung, du bist ein bisschen kalt gewesen. Auch mit dem Stuhl am Anfang war so okay. Oha, er ist wenigstens ehrlich, ne? Also wenigstens sagt er es, dass schon mal stark, dass er diese, die Ehrlichkeit hat. Normalerweise bin ich es so. Ich taue auf. Gibt es ein zweites Date? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt noch viel Gesprächsstoff. Ja, ich finde es genauso. Wir können im Kontakt bleiben. Nur in dem Moment sehe ich das eher so freundschaftsmäßig. Okay. In dem Moment würde ich ja sagen. Life is life. Na 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 na. Ja, la 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 la. Okay. Ich habe Hunger. Nein. Oh, soja. Kommt. Einmal nochmal alle zusammen. Nee, eigentlich das schon. Ich will da auch anfangen. Leute, ich will da auch anfangen zu arbeiten. Darf ich einmal aushelfen? Kellnern? Nur einmal aushelfen. Ich komm. Komm hier. Das ist jetzt irgendwie eine weirde Situation. Warum umarmen die alle hier meine Frau? Was ist das denn? Also, Tschöko. Nein, Spaß beiseite, liebe Freunde. Das war es mit dieser Folge. First Dates. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier drauf zu reagieren gemeinsam mit mir. Falls ihr Bock habt, abonniert gerne den Kanal. Ich lade jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video für euch hoch. Das kann euch den Dezember eventuell versüßen. Ihr könnt es sehen wie ein Adventskalender. Jeden Tag kommt ein Video. Bis Weihnachten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr Teil des Ganzen seid. Und ihr könnt meinen Hauptkanal unbedingt mal abchecken, denn da kommt jeden Sonntag ein Blind-Dating-Video, in dem ich moderiere, während andere, fremde Leute Blind-Daten. Seid am Start. Ich würde mich freuen. Haut rein. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht.